Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Stelle dir einmal vor, um dich herum wäre es total dunkel. Absolut dunkel. Du könntest deine Augen als Sinnesorgan nicht einsetzen, weil keinerlei Lichtreiz deine Augen erreichte. Und nun stelle dir vor, es wäre für immer so dunkel um dich herum. So dunkel ist es für Menschen, die blind sind. Darum soll es in diesem Video gehen, um die Blindheit. Am Ende dieses Videos weißt du, wann ein Mensch als blind bezeichnet wird. Du kennst die Ursachen für angeborene und erworbene Blindheit und lernst die Blindenschrift als ein Kommunikations- und Informationsinstrument für Blinde kennen. Es wäre hilfreich, wenn du den Bau und die Funktion des Auges kennst, sowie über die Bildverarbeitung im Gehirn Bescheid weißt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com